Hallo und willkommen zurück zur dritten Folge von let's play in isolation wir müssen jetzt wirklich direkt zum reaktor laufen das wird spannend wir haben jetzt diesen bolzenschuss dicks da bekommen wir noch mal sehr gut in der bergdachse es geht los aufzug rufen hallo aufzug kommen sie ja das schießt sich ab los geht's so viel arbeit glaube ich das ist ja in einem reaktor gott die androiden stehen vor dem tor das ist gut leuchtet auch dankeschön position abspielen ja ich habe meine pampi wieder aber trotzdem fehlt der flammenwerfer oder eigentlich schon ein flammenwerfer fielten auch der war auch mein bester freund auch dann ging das ideen steuern wir hier noch mal haben in der pampel habe ich bespeichern gott so hello hello steigen sie in die basis des reaktors hinab ach du scheiße okay was haben wir wir haben und vorhin eine leuchtfackel damit werden wir nicht lange überleben glaube ich gegen die hilft an den kann ich mir nicht vorbei schleichen das kann ich vergessen also nehmen wir sind ab und aktivieren so regnet es hier drin und die eigene atmosphäre oder hat doch ich kann ihn überwissen ich kann überwissen wenn ich mich hinter diesen dingen verstecke okay wo muss ich denn ganz da rum okay dann nehme ich auch mal die andere seite wie er läuft da haben die mich gesehen die haben mich gesehen oh fuck okay bampi es wird zeit what the fuck ich hab ihm mit ins gesicht geschossen und der juckt das nicht mal okay dann halt eben nicht ne okay das würde nett sein aber gut der kai von hier auch schon was bewirken das wäre ja cool wir haben fünf dinger davon mit denen habe ich ein mit denen sind zwei klar hier zwei sprich kommt schon auf mich zu hallo schon hast du so ausbeck vielen dank muss ne okay ja hast du irgendwas ich brauch wohl zum lieb geht dann nicht okay leute es wird hier etwas eng okay ein fluss habe ich noch leute vergeblich okay was habt ihr beide das ist doch schon mal gut aus okay gleich wäre noch ne paar mit elf schuss das ist gut also wo muss ich hin ich muss einfach genau hier strom generiert wird ich muss da rein ich hab mich gefangen um ich IT noch nix ja, doch, mein Entschöns ah ja kurz, wir haben ein paar andere ihn erledigt schon mal uff, alter schlimm ähm oh, nein bitte nicht scheiße oh, Flammenwerfer oh ich muss den Strom für die Plattform an den Leitern hier unten wieder herstellen fuck wir sprechen erstmal wir sind im Nest angekommen dem wohl schwierigsten Part des Spiels lernt den Alpha-Kern ah fuck, bitte nicht ich muss auf geschlossene Eier achten da ist er ein Facehugger schaut mal cool eigentlich nicht cool eigentlich überhaupt nicht cool und da ist noch so ein geschlossenes Ei jo ja gut ich bin da mal ganz kurz weg ne Leute, ihr habt jetzt ein bisschen äh, Pause Musik 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 Bis zum nächsten Mal.